So, hallo und herzlich willkommen. Heute kurz vor Neujahr noch ein Video wie versprochen mit den zwei Gamma-Containern, die ich ja verlost habe. Und ja, da werde ich jetzt gleich die Gewinner bekannt geben. Vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Ich denke, vielleicht in ein, zwei Wochen wird so eine Aktion nochmal kommen, wenn ihr Bock da drauf habt. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für den riesen Support. Die Daumen hoch, auch auf den anderen Videos. Schräge Teilnahme. Freut mich auf jeden Fall, dass der Content bei euch ankommt. Und ja, schaut auf jeden Fall noch die Videos an. Mein Bruder hat gerade einige Videos aufgenommen zu den Anfangsquests, also eben nur zu den Quests, die nicht selbsterklärend sind, wie ich schieße zehnmal den ab. Das braucht man natürlich nicht, aber Erklärungsvideo zum Beispiel, wo findet man das Item, wo muss man da hin bei der Quest. Und ich denke, die sind für Anfänger ganz hilfreich. Und jetzt will ich es gar nicht lang spannend machen. Den ersten Gamma-Container hat gewonnen Sascha Müller. Ich habe auch unter YouTube den Kommentar kommentiert. Und ich denke, da können wir die Tage dann auf jeden Fall ein Treffen ausmachen, wo der übergeben wird. Und der zweite Gewinner ist Essa. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, auch dort habe ich kommentiert und schreibt einfach drunter, wann ihr Zeit habt oder ob ihr da seid. Wenn ich da zufällig da bin, ist es immer ein bisschen tricky, sich da zu verabreden, weil ich auch nicht 24-7 online bin. Aber ich denke, das kriegt man hin. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Gamma-Container. Wie gesagt, ich bin es so gut angekommen. Da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen vielleicht nochmal eins raushauen. Und die nächsten Tage wird auf jeden Fall noch ein Key für die Standard-Version rausgehauen. Auch, was ich ja schon versprochen habe, für ein Neujahr jetzt. Und ja, schaut auf jeden Fall auf die anderen Videos vorbei. Eins wird mich noch interessieren. Ich werde nachher auch gleich ein Video veröffentlichen, das ich schon aufgenommen habe. Da geht es darum über die Geschichte SCAV gegen SCAV. Und da wird es mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet oder ob ihr da Informationen zu diesem Karma-System habt. Ich habe ein Video darüber gemacht, wo ich meine Meinung dazu gemacht habe und auch ein paar Sachen in Frage gestellt habe. Da würde ich mich interessieren, wenn ihr da eure Meinung auch dazu beitragen könnt. Wie gesagt, schaut euch das Video ein. SCAV vs. SCAV Karma-System irgendwie so heißt. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann eure Meinung in die Kommentare schreibt. Vielen Dank für die rege Teilnahme nochmal. War Hammer Ende des Jahres jetzt noch. Und ja, ich freue mich auf den Start des nächsten Jahres. Und wie gesagt, da gibt es ja auch in den nächsten Tagen nochmal die Standard-Version von SCAV vs. Tarkov. Für alle, die das noch nicht haben. Und folgen mit Sicherheit auch noch größere Giveaways. Und ja, wir sehen weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Gebt einen Daumen hoch auf jeden Fall, wenn ihr die Aktion gefeiert habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.